Hier sind sie, das Restaurant. Hier gibt es halt jetzt keine Mahlzeiten, aber ich sage immer Aida in Kleiner, würde ich jetzt sagen. Von der Aufmachung her, wie es ausschaut, ist ganz toll gemacht. Hallo, hier hinten kann man schön draußen sitzen, traumhaft, wirklich traumhaft, wo man draußen sitzen kann. Und hier das Besteck, genau wie auf der Aida, wenn sich das jemand kennt. Ich würde sagen, wenn Sie Aida-Kunde sind und mal eine Flusskreuzfahrt machen, nehmen Sie ein Arosa-Schiff. Da hat man das gleiche, hier das Buffet, nochmal ganz egal. Ich sage Ihnen, wenn man abends fährt und einfach nur rechts und links rausschaut, das ist ein Traum. Gerade im Sommer, wenn es noch hell ist, was mir hier alles noch für Sachen hat. Und rechts und links das gleiche, bitte. Und rechts und links bleibt ganz klar. ! Vielen Dank.